So, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI2, heute auch von Körnchen, wie angekündigt, bei der MANNNL 263 in der BVG-Ausstattung mit der Weiß-Torben. Mahlzeit. Mahlzeit auch nebenbei was. Genau. Genau, von Linie Engel zur Bahnhof, zu Linie 1, zur Jugendherberge. Ja, und mit dem neuen Bus, der frisch aufliegen ist, und sowohl mit der MANNNL 263 ohne Vorserien-Fund. Nee, doch, ist, äh, mit. Ach, hast du mit, ja. Ist so, ja. Ist die Vorserien-Fund, ja. Ja, dann sag ich einfach mal Vorserien. Es ist ja nicht die Vorserien-Generation. Tatsächlich? So. Genau, passt perfekt. 13, 28 ist Abfahrt. Vorsicht, wieder. Das eine Video kam mir echt gut an, bei meinen Zuschauern auf jeden Fall. Ähm. Jo. Jo. Fährt auch sehr ruhig. Könntest du mal erzählen? Ja, ja. Ja. Kannst du mal erzählen? Bits, so. Weiter geht's. Weiter geht's. Mit LMANNL 262. Alter, ist nirgends los. Ach ja, ich hab auf die Zweige. Ich hab ja grundsätzlich geschaltet. Oh, Abfahrt. Na ja, Bus ist zu kalt. Hm. Äh, was wollen Fahrmann? Musst du sagen. Du ist hier der, der in zehn Giordn. Ja. Ja, deswegen. Was ist das Ding? Oh, oh, oh. Jetzt haben die das Fenster aufgemacht! Rumsrums! Ja, siehst du? Das meinte ich jeden Tag! Da! Die Vollgäste machen das Fenster auf! Was soll denn? Ja, wirklich! Ich glaube, was geht denn los hier? Du musst abschließen, wenn du hier kannst. Aber ich kann nicht dabei, haben sie mir geklaut. Wir fahren bis zum Flugplatz, würde ich sagen. Ja. Genau, Wohnkirchenflugplatz. Da fahren wir. Sollte es ja, denke ich, passen. Sollte es ja. Jetzt haben die Notan aufgemacht! Notan hat irgendwer gedrückt. Kein Scheiß ist im Video. Ich kann es nicht mehr wirklich. Pschsch, pschsch! Jetzt reicht es mir ja langsam! Nee! Du musst mal nach hinten gehen! Was soll denn die Scheiße? Geh doch mal nach hinten! Schnauze dich doch mal voll! Ja, nee, ich schnauze den Scheiß voll! Okay, meine Damen und Herren! Das war's für diesen kurzen Netzteil! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut und tschüss! Sein Kaufmanns? Ja… Ich…" Vielen Dank.